So, was geht, Leute? Ihr seht grad, was wir jetzt gleich machen. Genau. Bist du ready? Genau. Halt sie sich hinter unten. Oha, Stranger Things, Komma. Max im Komma. Ich will den Screen sehen. Er ist unsichtbar. Warte, warte, aber jetzt erst mal. Erst mal, erst mal, komm. Okay, drei. Nein, 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 nein. Wir müssen ansliegen. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Pssst. Komm, komm, was er getestet hat. Nein! Sehr leise Adam! Ah, ne, komm. Komm, spring! Nein! Nein! Komm, komm, komm! Komm! Was wird das denn? Nimm, 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 nimm! Scheiße! Hab ihn, hab ihn, hab ihn! Nein! Nein! Oh mein Gott! Maxim, benutze mal den Skin Eleven, bitte, und komm mal! Benutze mal den Skin, den du grad hattest. Diesen unsichtbaren da. Diesen 9-11, 11. Ja, ja. Oh mein Gott. Alter, was ist das für ein Skin? Nein, ein Super-sum-mein-Haus! Hö? So. Hm. Der ist unsichtbar! Ich bin weg. Ich lass mal weg. Was ist das für ein unfähler Skin? Was ist das für ein unfähler Skin? Nein. Hä? Ich weiß noch nicht. Bist du hier? Dann müssen wir sogar auf Augen schauen. Wo bist du? Schau. Wo bist du? Wo bist du? Hä? Warte, ich kann dir noch ein Schwert zeigen. Hä? LOL, Maxim ist unsichtbar mit diesem Skin. Bist du mein Schwert? Nein. Max, und zeig noch mal dein Schwert. HAH! Der ist unsichtbar! Ja. Ist doch da! Hä? Man sieht nicht mal dein Schwert! Was ist das für ein unfähler Skin? Was ist das für ein unfähler Skin? Ah! Kannst du hin? Ja, du weißt. Mit dem Fernrohr sieht man dich. Echt? Ja. Let's go. Kannst du nicht mein Schwert? Ja, da ist gar nichts. Vielleicht mit dem Fernrohr nochmal? Ach, egal. Du musst über ein Glas erstellen. Schau mal hinter dir. Hä? Ich bin ein Stalker. 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 Ja. Was weiß ich denn? Ich bin doch normal, das ist nass. Ich kann mich doch an Bogen machen. Ich bin ein Bogen. Was geht? Ich seh dich. Schau mal auf Sense da. Schau mal auf dein Fenster. Junge, was willst du eigentlich? Ich bin ein Halstisch. Ich bin einotisch. Ach! Ach! Ja, wir sind das! Oh mein Gott, bist du... Oh mein Gott. Ah, nein! Hier ist ein Creeper! Nein! Junge, weißt du, wie ich mich erschrocken hab? Achso, echt? Wo ist da Holz? Ja, das ist unser Tunnel. Okay, jetzt hat's auch von dir. Oh mein Gott! Einfach ein Creeper! Freepie! Stell vor, der wäre in dein Haus gegangen. Geht nicht, da war noch kein Dreck. Und das? Alter! Da hat ein Deutsch-Nichtstück. Ah ja, richtig, vielleicht noch wieder. Warte, halt nicht. Ah! Hey, was steht da? Keine Ahnung. Jetzt geh da raus. Und... Wieso bist du da rausgegangen? Weil ich baue alles wieder zu. Seid mal, ich geh erst mal auf, aber eventuell komm ich gleich nach unten so, ja? Nein, so. Okay, okay, wir spielen dann weiter. Ja. Mhm. Ja, wenn du willst. So. Vielleicht. Gut. Vielen Dank.